Hallo und herzlich willkommen bei Wörschschössener neuen Folge Fallout. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Wir sind aktuell im Big Ben West Tunnel oder wie der sich schimpft. Macht sogar richtig Bock wie ich finde und deswegen bleibt auf alle Fälle mal dran. Und so gehen wir hier eigentlich gerade ein bisschen durch die Gegend. Du musst nur aufpassen, das Gewehr nehme ich langsam Schaden, weil das ist komplett Schrott. Bist du tot? Ja, bist du. Aber es geht so am einfachsten. Und wo ist da noch was? Wir kriegen nicht oft Besuch hier unten. Ich bin auch komplett überladen. Vielleicht hat es auch mal Sachen drin. Nee. Aua. Findet ihr. Schuhe doch hier keinem was. Oh, hier ist eine Bergbank. Das ist schon mal sehr gut. Die haben wir gebraucht. Nee, dich verwert ich nicht, dich will ich behalten. Genauso wie das hier. Ja, ich könnte vielleicht mal aussteigen. Komm raus mit dir. Also ich bin ja gar nicht in dem Scheißanzug. Mann, bin ich ein Trottel. Ich weiß, ich sag euch nichts neues. Modifizieren und reparieren. So, gar nicht mehr. Ich hab ja den Anzug, deswegen bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen überladen. Da steht ein Anzug in die Tayshab. Ach guck mal, ich kann hier Labor. Ja gut, ich brauch jetzt eigentlich nicht. Rüstung wäre jetzt vielleicht nochmal ganz interessant gewesen. Nee, den Stuhl will ich gar nicht sitzen. Weg, weg. Na ja, irgendwas rumliegen. Das kann ich jetzt mit meiner Lieblingswaffe weitermachen. So, da geht's anscheinend wieder raus und etwa durch. Tatsächlich, an welcher Seite sind wir denn jetzt hier? Der wird immer noch hier angezeigt. Hier kommst du ja nach Appalachia. Aber wir sind doch nicht hier reingegangen, wenn wir uns im Kreis gelaufen haben. Das sieht mich ja immer, wo wir jetzt hier rauskommen. Ich hab ja nichts von dem geschafft, was wir hier so ein öffentliches Spinnen des Bergarbeiters. Ich hab nichts gefunden eigentlich. Egal, gehen wir mal durch. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt hier rauskommen. Ja, eigentlich will ich auch noch ein paar Grubenhauer platt machen. Wegen dem Titan-R. Wegen dem schwarzen Grubenhauer-Grubenhauer-Schrott. Irgendwie wie das hieß. Das war doof. Das müssen wir anders reden. Ich hab ne Region entdeckt, aber ich frage mich mal was an. Das müssen wir jetzt anders machen. Ich zieh mir den Anzug nochmal an am besten. Ich hoffe, hier ist jetzt nicht wieder alles voll. So. Machen wir uns mal fuhlfähig hier. Wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Einfach nur auf der anderen Seite des Gebirges. Alter Falter, willst du mich ärgern? Wo sind wir reingegangen? Da. Ich sag mal nee, danke, ne. Ich mein, wir haben jetzt hier einen Zugang auf alle Fälle. Ja, das machen wir nicht. Da kann ich auch wieder rauskommen. Da. Da. Ich geh mal lieber so zurück. Wir probieren jetzt auf einmal wieder her. Vor allem, wie stark seid ihr denn? Ich hab keine Ausdauer. Ich hab keine Ausdauer. Ich versuch's ja. Alter, das kann doch mal nicht wahr sein. Welchen Bereich hab ich denn hier? Ja, hilf mir mal. Deswegen, weil der hier reingerannt ist, der Spacko. so. Ja, das ist manchmal das ein bisschen doof geregelt. Das wirklich, sobald jemand anderes ins Gebiet kommt, dass dann alles vorbei ist. Wie gesagt, für mich war's okay. aber nicht mit einem 160er Löffel. Ich bin nicht ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Da ist mir, wie gut, was es ist. Ich bin ganz sicher. Das war's für heute. Ich stelle mal nachladen, bevor der wiederkommt. So. Rein da. Jetzt weiß ich jetzt nur nicht, wie er nach Hause kommt, sozusagen überladen. Oh, nee, da unten ist ja Dings, da kann ich Schott ablegen. Das ist ja der Bahnhof. Ich bin ja eh voll. Ist hier Gott sei Dank nicht weiter. Das ist immer so ein Vieh. Egal. Oh. Weg ist es weg. Ich frage, ob da jetzt die dummen Super-Mutanten auch noch sind oder nicht. Das wäre jetzt natürlich genau das Richtige. Ja, das fehlt ihm jetzt noch, ungelogen. Das wird ja aufleveln, aber nicht so. Oh. da da genau einer weg Wie viele sind denn das? Ich habe ihn nach meiner erst mal was gesehen. Das macht's auch so far, Julius. Das ist doch nur die Piste. Ich hoffe mal, gleich haben wir es. Alter, das geht ja gar nicht mehr auf. Ich muss ja raus. Ich bin hier, keine Ahnung. Der ist ein Nen einfach hier. Geh weg von mir! Ich bin aber gleich wieder weg. So weit geht Alter, Falter. Only Minigun, guys. 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 Only Minigun. Only Minigun, guys. Und, guys. Kann doch nicht wahr sein. Und, guys. Und, guys. Und, guys. Und, guys. So. Und, guys. 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 Und, guys.